Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bastelvideo. Heute basteln wir eine Taschenuhr. Wir brauchen eine Puderdose, eine Kette, eine Sicherheitsnadel, ein Plastikring, eine Perle und ein Spitzendeckchen. Aus dem Spitzendeckchen schneiden wir ein Stück aus und kleben es auf die Puderdose auf. Jetzt ein Stück von einem Strohhalm nehmen und den Plastikring aufkleben. In die Mitte des Plastikrings kommt die Perle. Das Ganze kleben wir dann an die Puderdose. Jetzt die Puderdose von außen mit goldenen Acrylfarbe bemalen, von innen mit cremefarben Acrylfarbe. Die Ziffern schreiben wir mit einem silbernen Stift. Die Sicherheitsnadel kürzen wir ein, das ergeben die Zeiger. Die kleben wir dann fest. Die Nadeln brauchen wir doch nicht. Transparente Verpackung ergibt das Uhrenglas und die Kette kleben wir oben an den Plastikring fest. Und fertig ist die Taschenuhr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis bald. Eure Steffi ... ... ...